Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das ist jetzt der 15. Tag, glaube ich, der Dornemotour und das ist somit das, ich glaube, letzte Video, weil danach wird eigentlich nichts mehr Interessantes kommen. Wir sind gerade aus dem Hotel ausgecheckt. Wir sind heute Morgen ausgecheckt, waren dann den ganzen Tag eigentlich im Eingangsbereich, haben da rumgechillt, noch ein paar Netflix-Folgen untergeladen für die Fähre gleich. Und jetzt machen wir uns hier die letzten zehn Kilometer der Tour noch auf den Weg zur Fähre. Es ist ziemlich abgekühlt, es hat die letzten Tage nur geregnet. Das war auch der Grund, weswegen wir heute Vormittag nichts unternommen haben. Ihr seht jetzt noch mal einen kurzen Shot aus dem Fenster bei uns raus, wie das geschüttet hat. Björn ist schon vorgefahren und den treffen wir dann schon noch an der Fähre. Er macht immer kleine Pausen, fährt dafür dann immer die Zwischenstrecken schnell und wir fahren einfach die zehn Kilometer durch. Dann also viel Spaß mit dem wahrscheinlich letzten Video der Longboard Tour für dieses Jahr. Haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020